Guten Tag, mein Name ist Hong-Fong Li. Ich bin jetzt in meiner Praxis. Patienten kommen mit unterschiedlichen Beschwerden zu mir. Ich möchte nicht nur die Beschwerden behandeln, sondern auch die Ursache. Unsere Organe arbeiten immer zusammen, deswegen wir sagen chinesische Medizin ganzheitlich. Diese Ganzheitlichkeit versteht man auf zwei wichtigsten Beziehungen zwischen den Organen. Erste Beziehung nennt man unterstützte Beziehung, da sind diese grünen Pfeile gezeigt. Und zum Beispiel Leber unterstützt das Herz, Herz, Herz und Tüte Milz und geht so weiter. Wenn ein Organ Problem hat, wird dieser Organ der zuständigen Funktion, wird auch schwächer bis zum Problem. Dann hat man Symptome. Zum Beispiel Lunge, die Leute, die mit Nase Allergie oder Hauterkrankung haben, zeigte, dass die Lunge Funktion ein bisschen gestört ist. Wenn die Lunge schwächer ist, die unterstützt die Niere. Auf die Dauer, wenn die Ursache nicht beseitigen, würde die Niere auch schwächer. Oder Menschen, von Kind an hatte die Niere Schwächer, würde man die Funktion durch Ohr, zum Beispiel Tinnitus und so weiter, die Ohrprobleme oder Verlövermögen und auch Knochen. Und die häufig zeigte Symptome Rückenschmerzen. Herr Müller, wir haben gerade ausführlich über Ihre Gesundheit zuständig gesprochen und Sie sind wegen der Rückenschmerzen zu mir gekommen. Aber durch dieses Gespräch haben wir festgestellt, dass die Funktion auch im Inneren Organ teilweise nicht mehr so funktioniert, wie es sein soll. Ja, das stimmt. Deswegen, ich würde in dieser Therapie außer Schmerzen auch Ihre Innenorgan berichtigen und suchen in diesem ansprechenden Meridian die Einschwerpunkte aus. In einer Behandlung versuchen wir alle Probleme zu therapieren. Jetzt werden wir anfangen mit der Akupunktur. Das einzige Gefühl, das Sie nicht haben dürfen, ist Schmerzen. Akupunktur sollte nicht die Schmerzen. Wenn man diese Schmerzen spürt, bedeutet es falsch. So, wenn die Nadel gestochen wurde, Sie spüren manchmal Druckgefühl, manchmal wie ein Elektroschlag, aber nur ganz kurz und manchmal ziehende Gefühl, weil die Meridian den ganzen Körper läuft. Ja? Okay. Sobald ein bisschen Schmerzen sagen Sie sofort. So, wie war's? Wunderbar. Super, keine Schmerzen, ja? Okay. So, jetzt möchte ich auch diese Punkte nehmen, die an die Niere, Leber und Milz, die drei Meridian treffen sich hier. Und dadurch diese Aktivierung wurde diese Meridian, die drei Meridian, aktiviert. Okay. Ja, Herr Müller, wie fühlen Sie sich jetzt? Also, Frau Lee, ich fühle mich besser. Super. Weil Sie akute Schmerzen haben, das ist häufig nach erster Behandlung, spürt man sofort die deutliche Verbesserung sogar weg. Aber bei chronischen Schmerzen dauert ein bisschen lange. Ja, dann machen wir auch schon einen neuen Termin und dann komme ich bald wieder zu sehen. Super. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Lee. Ja, danke.